Hallihallo und Herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ah, war das krass. Ich habe mit einem Syrton ein bisschen getrollt. Also wir haben uns immer wieder angegriffen und haben irgendwie scheisse gemacht während dem Kampf. Dankeschön dafür. Er wässt bald zu Ignis und löscht dafür wahrscheinlich die Charaktere. Und mein Empfang passiert ist neu an. Ja, ich habe jetzt gelevelt bis 44, 99% oder 98%. So können wir jetzt das Level machen. Und sorry, dass ich im letzten Part so ein bisschen unkonzentriert war. Und ja, ich hatte extreme Kopfschmerzen und ich wollte es einfach verheimlichen, weil ich wollte, ich bin eigentlich nicht wehleidig und ich bin äußerst zehntenkrank. Aber wegen dem Wetterumschwimmen bei uns hat es in Liestal ungefähr 2 Meter Überschwemmung gehabt. Alles, es floss einfach nicht mehr ab. Nach zwei Wochen wunderschönes Wetter, 35 Grad und dann plötzlich kommt ein Regen, der so etwas von stark ist und es sammelt sich natürlich als beim Tal, wo die Nebentäle so richtig reinfließen. Also die Bäche von den Nebentälen reinfließen. Ist natürlich Überschwemmung da, wenn es so extrem viel ist. Ja, und mich hat es nicht so gut getan, aber es ist schon wieder weg. Also es ist keine Krankheit gewesen. Es ist einfach nur eine vorübergehende, wegen der Luft, wegen der feuchten Luft wahrscheinlich, ein bisschen Kopfschmerzen. So, ich habe einen Hammer der Macht. Den werde ich aussüsten. Aus dem suche ich nämlich noch einen Linkshammer. Den habe ich leider noch nicht gefunden. Dann habe ich hier einen Avengers Brustpanzer gekauft. Der ist beim Bind, also da wo der Bind ist. Jetzt sei es kurz auf der Map. Da habe ich es gekauft. Bei diesem Regenschirm da. Und das habe ich gefunden. Level 53er. Ähm, Amshin. Lord Totenbeschwörer Amshin. Weiss ich nicht, was ich soll mit dem machen. Wahrscheinlich verkaufen oder dem anderen geben, wenn er wieder mal online ist. So. Ah, da können wir die Quest gleich annehmen. Jetzt brauche ich einen Händler, der Rüstungen verkauft. Wahrscheinlich der hier. Ah, der hier. So. Ich finde es lustig. Die Syrten, ähm, verbarrikadieren sich hier im Sommer fort mit 20 Bessis. Und ein paar Ritter. Wie sollen wir das einnehmen? Die sind mega feigling. Die haben momentan zu viele Leute. Weil so viele, ähm, von der Schule, also Schul, ähm, ja Wochenende frei haben. Und deshalb sind jetzt heute noch am Freitagabend, sind die extrem aktiv und verbarrikadieren sich halt. Aber, es ist nicht mein Problem. Ich finde es lustig, weil es eben nicht mein Problem ist. Und, ähm, ja das ist auch eine Möglichkeit ein Vorort zu behalten. Aber es bringt halt nichts. Ähm, beim Hammer gibt es keinen Linkshammer. Wo soll ich denn hin? Gibt es hier irgendwo ein paar Barbaren? Schmied. Ja, das ist zweihändig, aber nur zweihändig. Bisschen blöde. Da, nein das ist Kraft. Hm, Mist. Ich brauch doch einen Hammer für Links. Ich hätte nur einen für Level 46, ja. Der geht leider nicht. Schauen wir mal hier. Ah. Bestienhelm. Ähm. Ich find's schade, dass dieser Helm so scheiße aussieht. Weil ich hab den gleichen, ähm, gefunden. Für Level 42 und der ist ab Level 44. Also ist der meiner besser. Ähm, Bestienhosen hab ich. Nein, Avengers Leggings. Ähm. Die könnte ich holen. Ja, die sind sowieso günstig. Der hier. Oder hat die Bonus? Haben beide keine Bonus. So. Ähm. Was könnte ich noch gebrauchen? Naja. Nehm ich das mal. So hat er sonst nichts mehr. Ach komm. Ist da irgendeine Grafik. Außerdem hab ich ein Loch entdeckt, wo man nicht mehr rauskommt. Und das Loch ist so geil. Da kann man sich selbst ermorden. Ähm. Weil niemand wird dich entdecken. Haha. Und ähm. Das werde ich dann mal ins Forum schreiben. Damit die Entwickler wissen, dass man da nicht mehr rauskommt. Aber. Ich sag natürlich das Standort nicht. Sonst meint jeder könnte da reinfallen und Ding. Weil es ist an einem Ort, wo nicht jeder durchgeht. Beziehungsweise nicht denkt, dass es dort ist. Es ist wirklich an einem Ort. Wo zwar sehr öffentlich ist. Aber. Niemand eigentlich dort hinten durchgeht. Es ist so ein bisschen. Neben in einem Tal halt. Und das Loch ist halt. Ein Spielfehl. Ja. Ein Spielfehl eigentlich nicht. Aber. So etwas sollte halt in so einem Game nicht sein. Und. Deshalb. Ähm. Fände ich es noch gut. Sonst stürzt man dann halt noch unabsichtlich hinein. Oder so. Und ich möchte es ja auch nicht. Dass man absichtlich rein stürzt. Äh. Es ist nur so ein 2 Meter Loch. Aber man kommt nicht raus. So. Ich weiß nicht mehr wo andere Händler sind. Die gibt es hier gar nicht. Also unsere Mission ist jetzt kurz noch ein Hammer zu finden. Ich brauche einen. Ja. Da müssen wir noch alter Ruck. Tut mir leid, dass sich jetzt das Let's Play noch ein bisschen streckt. In diesem Part. Ähm. Ähm. In den nächsten Parts geht es dann wieder weiter mit dem Jäger. Dann gibt es mehr. Also. Spannendere Sachen zu sehen. Hier. Hey. Hab ich lange gelevelt. Es ging einfach nicht. Ich bekam einfach. So wenige. Also ja. Man braucht so viele EXP schon. Das ist gigantisch. Es ging so extrem lange. Und da. Der andere Sirtis Spiele mich natürlich die ganze Zeit ablenken musste. Und angreifen musste. Und alles mögliche ging es natürlich noch länger. Aber. Ich bin ja so etwas gewohnt. Wenn man mich foppt. Ja. Ich werde immer wieder gefoppt. Aber. Wenn sich denn einmal eine Fresse bekommt. Dann sind sie ruhig. Ich hab den Paar mal getötet. Ich hab den wirklich Paar mal getötet. Als er mich genervt hat. Und. Jetzt ist er ruhig. Jetzt ist er schlafen gegangen. Geben die keine. Das sind Einwohner. Nö. Ich brauch nen Hammer. Ich brauch nen linken Hammer. Ich mach jetzt diesen Helm aus. So. Und rüste mich wieder mit dem. Zeki Kostüm. Ah ähm. Merke nie Cashewnüsse vor dem. Vor der Aufnahme essen. Das ist wirklich äh. Unangenehm im Hals. Beim Reden. Beim vielen Reden. Oh lala. So. Also eben. Zeki Kostüm für unser mega cooles Aussehen. Ich hoffe ich bekomm danach eine sehr schöne Rüstung. die ich nehmen kann. Die ich nehmen kann. Ich kann ja die Sachen. Ich glaub die Rüstungen kann man auch wechseln. Also dass man es auf eine andere Rüstung drauf schiebt. Dass es das Aussehen gibt. Man kann mal schauen. Ja bitte wahren. Sonst ist es immer so vorgegangen. Und jetzt geht es nicht mehr so vor. Ähm. Was dreifach Drop Bonus. Cool. Das ist natürlich nice. Ähm. Verbrauch. Nö. Gestaltung. Kleidung. 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 Kleidung ist das. Ich weiß es nicht. Wo ist es? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Also Färben wäre doch richtig cool. Ist ja auch nicht ganz so teuer. Aber das muss man sieben, acht Mal. Machen wir kurz. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Fünf Mal muss man das einsetzen. Jetzt. Also. Eintausend Ximarin. Also einen Euro für das Short 6. Gott. Gott. Wo ist es jetzt? Gibt es das nicht mehr? Oder muss man das irgendwo anders machen? Ah. Verschmelzung. Gegenstände ist es. Ah nein. Das ist nicht das. Ich weiß jetzt nicht wo es ist. Aber irgendwie kann man. Irgendwie kann man. Ähm. Also wenn du eine alte Rüstung hast. Dann kannst du die alte Rüstung auf die neue machen. Aber. Ähm. Die Bohne ist nicht behalten. Aber dafür wird das Aussehen. Ich weiß aber nicht wo das ist. Naja. Okay. Ich schwind's einfach nicht. Ähm. Bei dem. Bei dem. Nö. Bei dem da. Nö. Bei dem da. Ich glaube hier in der Schmiede ist es. Kann ja so holen. Das sind nur normale Kriegersachen. Das ist das hier. Ah ja stimmt. Wenn wir hier gerade bei. Dings sind. Wo ist der. Baren Händler. Also der. Die Bahn macht. Ich habe nämlich. Äh. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt. 500. Diese Quest möchte ich kurz machen. Vielleicht haben wir dann auch gleich ein Level. ab. Weil wir bekommen ja auch EXP. Hier. Nur Sperre. Hm. Da ist der Trainer. Bei dem hier. Da ist mal links. Aber ist auch ein Hammer links. 37. Nun gut. Haben wir sonst noch. Dann wäre es dieser. Ich weiß nicht. Ob dann. Das Schwert stärker ist. Wenn man tut ja eigentlich mit der Dinge. Dann. Auf 46. Würde ich das Schwert nehmen. Und kaufe mir das jetzt. Großeinkäufe. Und vorher habe ich mein erstes Premium Item bekommen. Als ich die Rüstung gekauft habe. Das ist doch kein Premium Item. So. Also. Da. 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 Was denn? Daikatana. Von wem habe ich das bekommen? Scheinbar von einer Quest. Ah. Von der Quest. Wo wir ja. Mit dem Edelstein gemacht haben. Mit dem Altar. So. Ja. Da ist die Quest. Die machen wir jetzt. Von den Dahlosen. Magnaniten wahrscheinlich. So. Quest beendet. Magnanitenbahn. Was mache ich denn hier? Aber nicht den Mistkübel. Ein bisschen reparieren. Und jetzt. Quests. Ah. Also es hat mir kein Level beschert. Die Quests kann ich einfach tausendmal wiederholen. Ähm. Jetzt wollte ich ja noch. Also die Quest können wir nicht da nehmen. Muss glaube ich 10 Magnanitenbahn haben. Wie sollte man das hier schaffen? Ja. Dann habe ich hier alles. Dann können wir wieder. In den Süden gehen. Müssen wir wieder dort hin. Und irgendwas besiegen. Wahrscheinlich die Igneos. So. Und dafür. Mache ich noch ein bisschen Umweg. Bisschen mehr Magnanitenbahnen aufnehmen. Mh. 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 Aber hier sind. Wie immer keine. Keine Ahnung. Aber in dieser Gegend haben wir. Hat es früher gehabt. Aber seitdem habe ich schon keinen mehr gefunden. Mh. Als mein Papa noch Level 10 war. Hm. Wer ist das? Der Escoban. Ey. Escoban Reheo. Aus KB2. Escoban Reheo. Escoban Reheo. So. Dann. Ähm. Müssen wir nur noch hinreiten. Wenn hier schon keine Magneten sind. Die Spieler werden immer wie süchtige noch Magneten. Also. Vor ungefähr. Einen Monat. Waren noch recht viel einfach so herum. Weil fast keine Spiele online waren. Und jetzt momentan sind wieder viele online. Wahrscheinlich wegen den Patches. Die sowieso keinen Menschen interessieren sollte eigentlich. Weil sie eben völlig sinnfrei waren. Ähm. Aber es ist gut, dass wieder mehr Leute da sind. Vielleicht haben ja auch meine Let's Plays ein bisschen Einfluss. Was. Also. Ich sehe irgendwie einen. Der kurz mich anschreibt. Und sagt. Ja. Ich kenne deine Videos. Toll, dass du Videos machst. Und ja. Ich bedanke mich dann manchmal. Und mehr kommt auch nicht. Aber ich finde es toll, dass ihr mich ansprecht. Wenn ihr mich seht. Alter Igneo. Alter Igneo. Gut. Das ist ein alter. Das ist ein alter. Das ist ein alter. Sehen aber nicht gerade alt aus. Ich weiß nicht wie Aliens so ähm. Was das ist. Oder das Dex senkt. Und äh. Völlig sinnfrei sind sozusagen. Ich finde es cool, dass es ihm auch noch Schaden macht. Wenn man näher eines Gegners ist und das einsetzt bekommt er irgendwie so 100 Schaden über. Ist noch nice. Sie sind nur alte Igneos. Wo sind denn die anderen? Ja okay. Da ist einer andere. Aber sonst ist immer alles alte. So. Endlich wieder mal zwei Waffen tragen ist viel angenehmer. Weil die zwei Handwaffen so extrem langsam sind. Ich muss mal wirklich eine schnelle Zweihandwaffe haben. Das ist dann nice. Sehr schnell sogar. Gibt es eigentlich sehr schnell? Eigentlich glaube ich sehr schnell gibt es gar nicht. Aber man kann es ja noch mit Bonis. Mit denen einfach so plus 20. Naja plus 5. Angriffsgeschwindigkeit. Kann man es noch schaffen. Könnte man es schaffen aber das wird wahrscheinlich gar nicht angezeigt vom Spiel. So. Noch 5. Ich liebe Katanas. Aber ich. In diesem Spiel kann man es einfach nie auslisten. Weil sie einfach zu schwach sind dafür. Einfach schneller. Oder so. Mehr Kritt haben vielleicht. Aber sie sind völlig sinnfrei. Sie sollten verstärkt werden. Also angepasst werden. Und das Markante. kann man das haben. Dass sie einzigartig macht. Dann. Ähm. Ja. Werden sie auch eingesetzt werden von mir. So. Und da es mir jetzt wieder besser geht wird auch Minecraft weiter gehen. Groupcraft geht weiter. Weil es dem selber wieder besser geht. Und ich einfach auch wieder ein bisschen Bock habe auf Minecraft. Geschäft. Und ein neues Pokémon. Also Pixelmon Projekt wird beginnen. Es wird richtig cool weil auch andere mitmachen. Ja. Und. Ähm. Wir das richtig Geiles geplant haben. Und. Dann wird noch ein. Nicht Minecraft Projekt noch kommen. Aber ein ähnliches Projekt. Von einem ähnlichen Spiel. Aber. Ähm. Das muss zuerst veröffentlicht werden. Es wurde vor einem halben Jahr schon mal von mir vorgestellt. Also. Zwar kein Let's Play. Aber eine kleine Vorstellung. Ja. Eine echte Vorstellung. Ein. Ein. Ein Gameplay Video. Kam damals. Ich glaube im Januar. Also wenn ihr nachschaut bei mir. Was ich im Januar veröffentlicht habe. Dann wisst ihr was das ist. Weil ich im Januar nur ein Video glaube ich veröffentlicht habe. Äh. Weil ich erst im Februar wieder angefangen habe zu Let's Playen. Und. Und. Ja. Es ist wirklich ein cooles. Also cooler Mod. Von einem coolen Spiel. Und. 11. 45. Yes. Das ist der oder der andere. Der ist zwar stärker. Aber der hat einen Sockel. Und hat mehr Crit Chance. Ja. Unbedingt der. Aber ich möchte ihn kurz noch. Ähm. Sockeln. Waffenschmied. Der ist da vorne. Hier ist er. So. Einbetten. Einbetten. Der hier. Oh. Was nehmen wir dann. Also Crit Chance. Blitzschaden. Durchbohrschaden. Stumpferschaden. Das ist aber schwach. Sollen wir noch mehr Crit Chance. Oder Angriffsgeschwindigkeit. Oh komm. Und Angriffsgeschwindigkeit. Irgendwo muss doch Angriffsgeschwindigkeit. Der ist nur 2. Der ist 3. Der ist 3. Ja. Dann mache ich wirklich Crit. Das ist 7. Und das ist 6. Ja. Ich mache mal Crit dran. So. Und jetzt. Ähm. Nein. Hier. Der rein. Der umrüsten. Der umrüsten. Der umrüsten. Der umrüsten. Die sind ja nichts wert. Ja. Oh. Jetzt sehen wir auch wieder ein bisschen besser aus. Wie ein cooler Baba. Wie ein Ritter eher. Aber sieht richtig cool aus. Yes. Endlich kein Leder mehr. Ich mochte nie Leder. Mal. So. Jetzt müssen wir nochmals. Alte. Hä? Ah. Na gut. Also. Heute. Feueranhänger töten. Und. Nächstes Mal dann der Erd. Nein. Erd haben wir schon. Luft glaub ich. Nein. Luft haben ja schon Wasser. Dann ist es Wasser. Also der da oben. Halter Ruck. So. So. Ich bin mal offline. Hier fehlt es etwas an Zusammenarbeit. Nicht alle aber paar davon. Gute Nacht und viel fahren noch. Hier fehlt es an fähigen Leuten mehr nicht. Wenn die uns sind passt. So schlecht bin ich doch gar nicht. Jojo. Seid wahrscheinlich klar der Richtige. Da haben wir auch die kleinen Lachsmile. Also das Lachsmile. So. Also das müssen wir jetzt töten. Alte Igneo. Haben wir ja schon vorher töten müssen. Oh. Jetzt können wir das nicht machen. Wir müssen dann noch umskehlen. Aber das erst nach diesem. Diesen Agnes. Sonst müssen wir zweimal laufen. Von gleichem Scheiß. Ah. Geht doch viel besser. Es geht viel schneller. Und so viel schwächer sind sie auch nicht. Wie ähm. Was hatte ich? Eine Axt glaube ich. Ja eine Axt. So. So. Mann ich will den einsetzen. Jetzt auch mal abhauen. Komm. Gleich dran. Wieso hat er nicht angegriffen? So. Noch mal abhauen. Gut. Er hat losgelassen. Blöde Hyäne. Anführer hier. So. Hier auch. Hier sind genug. Sieben. Und wie viel haben wir? Drei glaube ich. Ah. Vier hatten wir. Jetzt haben wir fünf. Sechs. Und der siebte ist hier. Sehr schön. Ja. Dankeschön auch für die vielen Likes. Es hatte eine kurze. Ähm. Ja. Wo es nicht so viele Likes gab. Aber klar. Ihr könnt ja nicht jeden Tag. Müsst auch nicht jeden Tag Videos schauen und liken. Sowieso nicht. Aber ähm. 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 Es ist wirklich toll. Wer mich da unterstützt. Der hat wirklich einen super Boni bei mir. Und es fällt mich einfach riesig. Weil. Ich bin einer der nie Werbung macht und so. Und habe auch nicht mehr Accounts wo ich mehrmals liken kann. Und alles mögliche. Ähm. Ja. Ich like einmal beim Video. Wenn ich das natürlich hochlade. Aber das ist weil ich meine eigenen Videos ja auch mag. Ich will jetzt nicht irgendwie die Likes irgendwie zusätzlich nach oben pushen oder so. Wie anders machen. Aber ähm. Ein Like. Geht ja noch. Ähm. Ähm. Außerdem sehe ich immer öfters bei anderen YouTube. Dass sie sich äh künstlich nach oben pushen. Ich finde es ein bisschen frech von ähm YouTube. Dass das möglich ist. Aber hey. Jeder ist selber ähm zuständig. Wie er es machen will. Ähm. Sympathie Punkte gibt es natürlich damit nicht. Aber weil heute sage die Community auch ein bisschen blind ist. Soll ich jetzt. Ja. Es ist nicht so gemeint. Aber einfach. Die Community mag alle. Also es gibt wirklich Leute die abonnieren jeden Kanal. Schauen sie nicht. Aber abonnieren sie. Oder liked sie. Kurz. Und schauen sie kurz in die ähm. Ähm. Videos rein und liken kurz. Und gehen sie wieder weg. Und solche Leute mag ich nicht. Und will ich eigentlich auch gar nicht. Weil. Dann hat das Video zwar viele Likes. Oder viele Aufrufe. Aber geschaut werden die Videos. So natürlich eben auch nicht. Da habe ich zurück gesetzt. Ja. Nein habe ich nicht. Okay. Zurück setzen. So. Trainieren. Also jetzt muss ich hier mal nach ganz oben. Boah. Über 1000 Disziplinpunkte. Donnerschlag. Ja. Eine Sekunde. Wie viel ist er? Fünf. Fünf Sekunden. Dann nehme ich den. Kieferbrechen ist Schwingel. Nehme ich auch mal. Stahlgemüt ist Widerstand. Dann tödlich. Nein nicht das. Das ist. Doch das ist Stärke. Das ist das. Das ist das. Dann hier wieder auf zwei. Hier wieder auf. Vier haben wir gesagt. So. Dann fehlt noch hier ein bisschen. Hier Sprint. Berserker. Stärke. Ähm. Wollen wir. Ähm. Riese wieder. Ja. Haben wir zu wenig Punkte. Ich möchte noch etwas nehmen. Und das ist Treten. Dann haben wir genügt. So. Haben wir etwas vergessen? Scheinbar nicht. Brutaler Stoß. Kieferbrecher. Donnerschlag. Ähm. Treten wäre dann hier. So. 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 Ja. Das kann ich hier hinten tun. Sprint hätten wir noch. Ich will die beiden Dinge. Statusverhandlungen dort nehmen. Dann kann ich die nämlich nach vorne nehmen. So. So. Ja. So. Ja. Ähm. Sprint haben wir. Ekstase haben wir. Berserker haben wir. Dann haben wir alles. Gut. Gut. Also. Dann müssen wir jetzt. Wieder ins Wüstental zurück. Es läuft gut mit Regnum. Also. Es ist jetzt gar. Momentan gar nicht mal so schlecht. Es ist natürlich. Es ist natürlich. Ein Ding. Aber. Ich hätte nie gedacht. Dass es so viel Erfolg hätte. Ich hätte gedacht. Regnum würde nach zwei Jahren. Irgendwie wieder eingestampft werden. Oder so. Aber die Entwickler. Die wollen das Spiel einfach nicht einstampfen. Und machen immer wieder Patches. Und das finde ich richtig toll von den Entwicklern. Leider müssen sie noch arbeiten. An der Effizienz. Sie tun irgendwelche Bugfixes rein tun. Und ein paar Shop-Items. Aber etwas das wirklich Spaß macht. Oder so. Tun sie einfach nicht einbauen. Das würde so leicht sein. Es ist halt einfach. Ich würde gerne Regnum helfen. Ich habe schon immer gedacht. Ich möchte. Mal. Moderat. Also Dinge. Game Master sein. Aber dann könnte ich ja keine Videos mehr machen. Dann. Müsste ich ja immer schweigen. Und müsste immer. Da sein. Für die Entwickler. Nein. Also. Für das Ansehen und so. Wird es natürlich cool sein. Aber. Wenn es andere nicht machen. Möchte ich es eben auch nicht machen. Weil. Wie viel Mal habe ich schon den Game Mode gebraucht. Und habe ich nie bekommen. Und. Ja. Deshalb. Ähm. Es gibt keine Game Mode. Game Masters mehr. Bei. Bei. Äh. Champions. Also hier. Fallhalla. Und. Und. Jemand anderes würde ich gerne empfehlen. Ich könnte ihm danach helfen. Wie er natürlich Sympathie hinzugewinnt. Wie er es am besten macht. Und so. Aber. Mich selber. Nein. Und. Ähm. 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 Community Manager. Schönen. Mit meinen Videos. Aber. Mehr will ich auch nicht zeigen. Ich will das Let's Play eigentlich immer weiterführen. Egal. Ob es nur noch einen Aufruf pro Monat gibt oder so. Ich mache das Let's Play irgendwie einfach weiter. Weil ich. Mich so an so etwas gewöhnt habe. Weil ich Rechnung spielen will. Und es natürlich euch auch zeigen will. Und. Da es sowieso so erfolgreich ist hier. Für meine Verhältnisse. Du ich das eben sehr gerne. Ein oder zweimal pro Tag. Machen. Und. Äh. Immer. Haha. Das ist richtig toll an euch. Und. Schön dass ich jetzt schon über 380 Abonnenten habe. Glaube ich 84. Und. Ähm. Ja. Eben. Bald habe ich wieder mehr Zeit. Um auch andere Projekte wieder hochzuladen. Kein Problem. Weil wir uns. Also. Hier im Kanal. In den Videos dürft ihr immer etwas wünschen. Was soll ich machen. Wie soll ich es machen. Äh. Wann soll ich es machen. Und so weiter. Und. Ihr dürft immer mitwirken. Also in den Videos dürft ihr immer. Mit dabei sein. Und. Alles mögliche. Die schaut nach Magneten. Ich muss zum Feuer anhängen. So. Ähm. Also. Mein Wunsch ist es einfach für YouTube etwas besonderes zu sein. Einer der extrem auf die Zuschauer schaut. Dass es ihnen gut geht. Dass sie ihren Spass haben. Und ich ignoriere alle anderen. YouTuber. Eigentlich in dem Sinne. Dass. Wenn sie etwas scheiße machen. Oder halt. Besser sind als ich. Mir. Mir. Lässt es so etwas kalt. Und. Ähm. Ja. Und mein Wunsch ist es halt einfach auch. Ein bisschen größer zu sein. Ein bisschen angenössener zu sein. Und später dann auch. Frühlife. Wie das machen. Meine Skills zeigen. Im. Kickboxen. Äh. Also im. Kung Fu oder Thai Boxen. Meine Skills im Fussball zeigen. Wie ich so in der Region lebe. Und einfach Funvideos scherze. Und. Passanten verarschen. Alles mögliche. Also. Bei mir wird noch viel kommen. Wenn ich dann eben. Ein bisschen. Weniger. Äh. Ja. Wie soll ich sagen. Wenn ich ein bisschen freier bin. Ich bin nämlich momentan sehr unfrei. Also. Meine Eltern und. Also. Mein Vater und meine Schwester. Die stören mich die ganze Zeit. Und. Ähm. Lassen mich halt auch nicht irgendwie wohin gehen. Das liegt auch darum. Dass ich kein Geld habe. Frei zur Verfügung. Das ist alles. In der Kasse. Das ist alles. Ähm. Auf meinem Konto. Und bleibt auf meinem Konto. Das ist sehr schade. Deshalb ziehe ich jetzt erstmal aus. Und schaue dann. Dass ich das Konto endlich mal aufkriege. Also. Äh. Ich die. Ähm. Ding wieder bekomme. Die Rechte. Und dann kann ich so viele Sachen ausgeben. Das ist dann einfach nur cool. Und dann geht es mit mir auch. Sehr. Stark. Weiter nach oben. Bei YouTube. Weil ich dann viel mehr Equipment habe. Viel mehr. Möglichkeiten habe. Und. Ähm. Eben auch schnell Videos hochladen können. Alles mögliche. Weil ich habe so viel Geld gespart. Ich habe. Seitdem ich ähm. Sechzehn bin. Eigentlich Lohn. Und der Lohn ist jetzt mit 28. Also schon. Ähm. Zwölf Jahren. Angewachsen. Ohne dass ich irgendwas ausgegeben habe. Ich habe alles über meinen Vater. Verwickelt. Also. Ja. Die Sachen die ich brauchte. Hat eigentlich meinem Vater gezahlt. Und damit ist ja eigentlich Schluss. Weil scheinbar ähm. Seitdem ich äh. Problem mit der Jugend. Finanz. Weiß nicht was es war. Hatte. Hatte ich eigentlich nie freies Geld zur Verfügung. Ja. Jetzt müssen wir zum Altar. Das ist ein bisschen. Also. Ich rate euch einfach in der Schweiz nicht zu leben. Also es ist so kompliziert in der Schweiz. Da habt ihr es viel besser. In Deutschland oder in Österreich. Oder in Luxemburg. In Liechtenstein. Überall. Hier in der Schweiz. Gibt es die Reichen. Die haben Glück. Die sind cool. Die sind alles mögliche. Und es gibt die Armen. Die sind einfach nur Abfall. Und das ist mega schade. Also das. So etwas geht in der Schweiz eigentlich nicht. Da ähm. Muss unbedingt etwas gemacht werden. Weil die Reichen werden irgendwie reicher. Und die Armen werden irgendwie armer. Und wenn ich jetzt das schaffe. Dass ich im Fußball. In die Profi Liga komme. Dann bin ich auch. Gehör ich auch zu den Reichen. Plötzlich. Urplötzlich. Von einer der ärmsten Leute in der Schweiz. Zu einem der reichsten in der Schweiz. Und. Naja. Reicht der nicht. Aber. Ähm. Im Fußball kannst du es schon recht verdienen. Wenn du. So. Ähm. Vor allem einzigartig. Und gut bist. Dass du in einer Profi Liga springen kannst. Und ich spiele eigentlich einzigartig Fußball. Vor allem effizient. Und wenn ich das durchsetzen kann. Und wenn ich auch 90 Minuten das durchhalten kann. Was ich schon eigentlich recht gut kann. Dann. Ähm. Ähm. Habe ich Erfolg im Fußball. Ähm. So. Haben wir das geschafft. Ein alter Ruck kommt dann. Der Wasseranhänger. Also. Vielen Dank für das Schauen dieses Partes. Wieder mal ein bisschen qualitativ besser. Ähm. 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 Wenn es mir gut geht. Dann bin ich natürlich viel besser. Also wenn es mir schlecht geht. Das ist klar. Also. Tschüssikowski Leute. Ich level hier noch ein bisschen. Und. Im nächsten Part. Eben Wasseranhänger. Alles mögliche. Die Quest fertig machen. Und dann mal schauen wie es weiter geht. Aber wahrscheinlich gibt es dann keine Quests mehr. Ähm. Ähm. Mache ich mit dem Jäger weiter. Da kann ich endlich diese mega guten Handschuhe. Die ich nicht mehr. Hier habe. Dann. Ähm. Weg. Äh. Wegwerfen. Ja genau. Ah. Ausrüsten. So. Diese Lord. Totenbeschwerer Amschine werde ich dann zum Beschi tun. Also. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.